Nachdem wir uns ja eben das Video von Shuyoka angeschaut haben, in dem sie gesagt hat, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab nur gesagt, spielt Hogwarts Legacy. Ich hab nur eins Boykottaufruf gemacht. Ein Boykottaufruf. Hab gar nichts gemacht. Nachdem wir uns das angeschaut haben, jetzt KuchenTV mit dem Titel Shuyoka und der Hogwarts Legacy Boykott. Aufarbeitung Hashtag 1. Das ist auf iKuchen. Jo Freunde der Misogynie, seit einiger Zeit gibt es ja eine antifeministische Auseinandersetzung mit Shuyoka. Wie lange geht denn die eigentlich nochmal? 11 Monate, 11 Monate, 11 Monate, 11 Monate lang nicht, 11 Monate, 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 11 Monate. Die geht schon ein bisschen mehr als 11 Monate mittlerweile. Also es werden für immer 11 Monate bleiben. Es sind 11 Monate im Herzen, aber es sind schon ein bisschen mehr als 11 Monate. Bis nächsten Monat, 11 Monate, 11 Monate, 11 Monate, 11 Monate, 11. Shuyoka, es wäre richtig freundlich, wenn du im nächsten Stream ungefähr 50 Mal sowas sagen könntest wie Seit 18 Monaten, seit 18 Monaten geht das. Viele Influencer reagieren ja nicht auf die ganzen Sachen, weil die sich sagen Bro, das geht so lange. Das kann man alles gar nicht mehr einordnen. Und deswegen starte ich hier diese kleine Videoreihe, wo ich diese ganze Auseinandersetzung von Anfang bis zum Ende zeitstrahlmäßig durchgehe und noch... Okay, das ist echt nice. Also dafür erstmal ein Like und das kommt ja... Ja, guck. Für Eikuchen sind 70.000 Klicks nach einem Tag großartig. Sehr schön, dann wird er das auch weitermachen. Mal vernünftig zeige, warum bestimmte Videos gekommen sind, was ihre Fehler gewesen sind und wieso diese ganze Situation so krass eskaliert ist. Dieser Teil hier befasst sich mit der gesamten Hogwarts-Legacy-Thematik. Also einfach nochmal alte Thematiken recyceln, finde ich gut. Mit Journalisten nicht mehr sagen können, sie hat nur gesagt, dass man das Spiel boykottieren soll. Denn ihr könnt es euch... Ich habe nur einen Boykott-Aufruf gemacht, sonst gar nichts gemacht. Ich denke, das ist nachweislich einfach überhaupt nicht der Fall. Wäre auf jeden Fall mega, wenn ihr das Video hier mit einem Like und einem Kommentar unterstützen könntet, denn der Eikuchen-Kanal ist jetzt auch nicht mehr so der aktivste. By the way, werde ich hier nur die Kuchen-TV-Videos aufarbeiten. Alles, was auf Kuchen-TV-Uncut hochgeladen worden ist, werde ich einfach mal ignorieren, denn ja, das wäre zeitlich einfach nicht machbar. Alleine die Reactions zu Shuyoka auf den dunklen Parabelritter gehen halt schon sechs Stunden. Ja, das habe ich mir damals auch vollständig gegeben. Das war großartige Unterhaltung. Die Zeit habe ich logischerweise nicht. Aber im Grunde ist Kuchen-TV-Uncut ja nur die lange Version von den Kuchen-TV-Videos. Deswegen sollte das schon passen. Tatsächlich war das erste Video, in dem ich Shuyoka erwähnt habe, mein Video über Gronkh und den Hogwarts-Legacy-Skandal. Shuyoka hatte nämlich damals getweetet, dass man Hogwarts-Legacy boykottieren soll, weil J.K. Rowling transfeindlich ist. Das ist der Tweet! Und ja, hier muss ich mich sogar selber kritisier... kritisier... kritisieren. Gott, ist das schwer. Denn ein Argument, was ich gebracht habe, war das hier. Gerade bei Shuyoka verstehe ich sowieso die Doppelmoral nicht. Denn sie möchte jetzt also, dass man Hogwarts-Legacy boykottiert, weil die Erfinderin transfeindlich ist. Dann stelle ich dir einfach mal eine Frage. Warum hast denn du einen TikTok-Account, den du aktiv bewirbst und wo du weiter... Naja, dann müsstest du erst sagen, warum geht es hier auf die TikTok-Stage? Wenn du den Clips hochlädst, du weißt schon, TikTok, was aus China kommt, wo die chinesische Regierung zu 100% mit drin ist... Chinesisch, Alter. Chinesisch. Also ich muss ihn, ich muss ihn kritisieren, weil er hat chinesisch gesagt. Du weißt schon, China, die gerade einen Völkermord an den Uiguren betreiben und die dazu übrigens auch nicht wirklich gute Rechte für LGBTQ-Menschen haben. Zugegeben, zu der Zeit wusste ich auch noch nicht, dass sie auch eine TikTok-Bühne moderiert hat, was man tatsächlich hätte nutzen können. Das Ding ist, als Influencer musst du ja... Seine Kritik ist einfach... Hier ist noch ein besserer Angriffspunkt. Seine Kritik, okay, süß und so, was du damals gesagt hast. Aber man hätte dich noch viel krasser auseinandernehmen können. Irgendwelche Plattformen nutzen. Und im Endeffekt hat jede große Plattform wahrscheinlich irgendwie Dreck am Stecken. Du hast als Influencer ja gar nicht die Möglichkeit, so große Plattformen wie Twitch, YouTube oder TikTok zu umgehen, weil das einfach die Plattformen sind, wo du die meiste Reichweite bekommen kannst. Und das ist auch absolut legitim, die dann für deinen Job zu nutzen. Ein einziges Spiel nicht zu spielen, hat logischerweise nicht den gleichen Impact, wie wenn man eine komplette Social-Media-Seite nicht mehr nutzen möchte. Natürlich, TikTok ist noch eine ganz andere Hausnummer mit China im Rücken. Was da so abgeht, ist jetzt nicht ganz so cool. Aber als Influencer trotzdem TikTok zu nutzen, ist halt absolut legitim. Viel mehr... Ja, aber man muss jetzt nicht unbedingt auf der Stage noch dafür stehen. ... war in diesem Video tatsächlich auch gar nicht drin. Das nächste Video kam dann ungefähr zwei Wochen... Ja, weil es halt auch die Maselzeit nicht um Shuyoka ging. ...später mit dem Titel... Wie unfassbar dumm die Twitter-Woken-Linken Hogwarts-Legacy-Boykottieren. Digga, dieser Titel. Da hab ich einfach einen auf Shuyoka gemacht. Einfach 500 Schlagwörter raushauen. Da ging es... Boah, das sollte ich, glaub ich, auch häufiger mal wieder machen. Das macht KuchenTV echt gar nicht mehr so krass. Ich glaub, Woke muss ich häufiger wieder in den Titel schreiben. Die Twitter-Woken oder so. Wie der Titel schon sagt, um den Boykottaufruf, den vor allem linke Twitter-Nutzer auf Twitter so rausgehauen haben. Natürlich ging es in diesem Video nicht die ganze Zeit über Shuyoka. Ich hab generell das Gefühl, also die Vokies haben es ja schon echt gut geschafft mit diesem Was bedeutet denn Vogue? Wir sind ja gar keine Bubble. Dass wir das Wort gar nicht mehr benutzen. Wir müssen alle wieder häufiger Vogue in unsere Titel schreiben. Direkt mal eine Nachricht an meinen Phamtenhersteller machen. Ach, ich bin ja mein Phamtenhersteller. Ich hab euch das hier einfach mal mit roten Strichen markiert. Sie war halt einfach so ein Nebenthema. Und ja, ich weiß, das waren blaue Striche. Denn ihr seid über das Stöckchen gesprungen. Jetzt habt ihr einen Kommentar geschrieben, wo ihr euch darüber beschwert und habt den Algorithmus gepusht. Dankeschön. Unter anderem habe ich von ihr damals diesen Tweet hier... KuchenTV, ich bin farbenblind. Hör auf, mich zu diskriminieren. Mutuals, wir planen eine große Sammel- und Aufklärungsaktion für die queere Community mit Fokus auf die besonders geschädigten Betroffenen durch die Harry Potter-Thematik. Also sammelt ihr Geld für Gronkh? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Also jetzt mal ernsthaft, welche Person ist durch die Harry Potter-Thematik zu Schaden gekommen? Stell dir vor, ein Spiel triggert dich so krass, dass du Privat-Schaden davon nimmst. Dann ging es noch um einen offenen... Damals hatte KuchenTV immer noch funktionierendes Licht. Jetzt nimmt er irgendwie immer so mit, ähm, gefühlt... Sagen wir mal, mindestens 200 ISO zu wenig auf. Im Brief, den sie damals geschrieben hat, da hat sie unter anderem Folgendes gesagt. Diesmal betrifft das Thema einfach die ganze Szene. Dieses Spiel hat eine politische Symbolik. Es ist ein Katalysator für ein bestehendes, gesellschaftliches Problem. Und als Gaming-Bubble sind wir alle involviert. Auch... Wir alle verpflichtet auch, ja. Wenn wir das gar nicht wollen. Es ist nicht die Unwissenheit, die mich so trifft, sondern die Nichtbereitschaft und das absolute Unvermögen, sich mit der Thematik ernsthaft auseinanderzusetzen und die daraus resultierenden infantilen Trotz- und jetzt erst Recht-Reaktionen... Erst Recht-Reaktionen. Ganz hoch, Junge. Es geht immer noch um ein Spiel, was mit... Da stand übrigens gar nicht Reaktion. Da stand Aktion. ...der politischen Einstellung von der J.K. Rowling nicht zu tun hat. Fahr mal einen Gang runter. Oh, das ist Todpolicing. Ich kann den Text halt wirklich bis heute nicht verstehen. Warum muss Shuyoka aus allem immer irgendeinen Kulturkampf machen, egal ob... Weil Shuyoka sich damit selbst erhöhen kann. Weil sie sagen kann, guck mal, ich bin so ein toller Mensch. Ich setze mich für Transmenschen ein. Ich setze mich für LGBTQ-Rechte ein. Ich bin linksradikale Feministin, die alleine im Patriarchat für das Gute kämpft. Also für sich selber. Was für sie gleichbedeutend mit dem Guten ist. Aber es ist eine Selbsterhöhung. Ist zumindest meine Einschätzung. Politisch oder antifeministisch oder sonst irgendwas. Bro, es ist irgendein Spiel, was rausgekommen ist. Vor allem eines von 10.000 anderen Produkten aus der Harry Potter-Reihe. Vor allem zeigt sie hier schon ganz gut, dass sie ja offensichtlich keine andere Meinung zulassen möchte. Denn sie hat ja selber geschrieben, dass wenn man das nicht so sieht wie sie, man einfach unwissend ist und keine Bereitschaft hat. Etwas... Na, einfach ignorant und unwissend. ...zu ändern. Ja, oder die Leute finden es einfach nicht so schlimm wie du und wollen einfach dieses nicht-politische Spiel spielen. Und natürlich gab es auch einige... Ja, aber dann sind sie schlechtere Menschen als Shuyoka. Verstehst du nicht? Shuyoka gut, die anderen schlechter. Es darf ihnen nicht einfach egal sein, weil da sind sie schlechtere Menschen als ich. ...trotz Reaktion, dass sich Leute das Spiel trotzdem gekauft haben. Aber das ist bei den Aktionen, die diese Boykott-Bubble gemacht hat, ja auch eigentlich kein Wunder. Ein Dekadent beispielsweise hat einfach das Spiel gespoilert. Um die Harry Potter-Spielen will ich euch nur mal ganz kurz was sagen. Ähm... Wer ist das, der stirbt am Ende? Und solche Spoiler gab es halt wirklich zuhauf auf Twitter zu lesen. Ihr müsst euch mal überlegen, die Leute, die zu diesem Boykott aufgerufen haben, haben alle irgendwie als unwissend betitelt, beleidigt, gespoilert. Was möchte man denn damit er... Ja, Reaktanz natürlich. Reaktanz ist das, was passiert. Und was man damit möchte, ist Selbsterhöhung. Und das ist der Grund, warum Wokeness so gut funktioniert. Erreichen? Erwartest du jetzt wirklich von den Leuten, dass sie sich sagen, ach, jetzt wo du mir das Spiel durch den Spoiler kaputt gemacht hast, bin ich wirklich nochmal in mich gegangen und hab überlegt. Und ja, man sollte dieses Spiel wirklich nicht spielen. Du hattest die ganze Zeit recht. Es ist doch klar, dass bei so einer Diskussionsführung, wie sie auch von Shuyoka an den Tag gelegt wurde, sich niemand von diesen Punkten überzeugen lassen wird. Dazu hat sie dann noch geschrieben, dass es wirklich Dutzende Betroffene gewesen sind, die sich bei ihr gemeldet haben, die wohl beleidigt und angefeindet worden sind. Und das ist komplett zu verurteilen. Gar keine Frage. Diskriminierung, egal in welchem Bereich, hat hier überhaupt nichts zu suchen. Da stehe ich 100% hinter den Betroffenen. Aber durch die Diskussionsführung von dem Dekadent oder auch wie Shuyoka das getan hat, hat sie einfach dafür gesorgt, dass das Thema extrem emotional aufgebauscht worden ist und leider auch der Hass bei beiden Fraktionen extrem gestiegen ist. Natürlich ist es keine Verteidigung, dafür gar keine Frage. Aber du hast jetzt auch... Aber halt eine Erklärung, warum man sich nicht so verhalten sollte wie Shuyoka. Nicht wirklich was dafür getan, dass es nicht passiert. Dann kamen auch schon meine beiden Videos zu ihrer Reaction auf den dunklen Parabelritter. Und Bro, ich erinnere mich noch daran, das war so eine Arbeit. Der dunkle Parabelritter hat... Aber waren auch wirklich gute Videos. Da habe ich noch gar nicht drauf reagiert, weil ich da noch gänzlich unpolitisch war. Da wollte ich mich wirklich aus jedem Beef raushalten. Er hatte nämlich ein Video gemacht, in dem er den Boykott-Aufruf zu Hogwarts Legacy kritisiert hat. Er hatte im Grunde genau die gleiche Meinung wie ich. Und eine Shuyoka hat diese Meinung von Alex überhaupt nicht gefallen. Lustig ist, dass sie in diesem Video Woke erst als was Positives hinstellt und danach als AfD-Speech abtut. Weil auch einfach mein Chat auch wieder... Wir haben so eine Woke-Bubble. Mein Twitch-Chat ist so Woke. Elftes Kommentar darunter, haben wir das erste Mal Woke-Bubble. Nein. Ich kenn den User. Alter, ich kann den Namen nicht lesen. Aber ich kenn den User. Ich kenn das Profil-Bit, der kommentiert bei mir richtig oft. Das fällt mir jetzt erst auf. Grüße gehen raus. Woke-Bubble, also Shuyoka-Stream ist Woke. Das ist in Ordnung, aber wenn der sagt Woke, dann ist das Rechtssprech. Bingo! Ding, 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 ding. Es hat elf Kommentare gebraucht, bis wir AfD-Speech da haben. Shuyoka hat sich dazu übrigens random in einem der letzten Streams geäußert. Aber ihre Stimme hat sich auch noch krass verändert. Und ungefähr, das ist kein Zitat, sowas gesagt wie, naja, Woke ist ja per se was Positives, aber so rechte Gruppierungen nutzen das, um die Leute damit anzugreifen. Aber in dem Kommentar weißt du doch nicht, ob der, der den Kommentar geschrieben hat, rechts ist. Nicht jeder, der Woke sein, so wie es jetzt gerade ausgelebt wird in großen Teilen unserer Gesellschaft, ist direkt rechts oder ein Nazi oder ein AfD-Wähler. Es herrscht nun mal das Problem, dass dieses eigentlich sehr wichtige und positive Wort so dermaßen von irgendwelchen Idioten in den Dreck gezogen wurde, dass es in unserer Gesellschaft größtenteils als etwas Negatives gesehen wird. Die Öffentlich-Rechtlichen haben zum Beispiel Woke-Beiträge darüber gemacht, dass Wandern rassistisch sein soll oder dass man keine Memes über Schwarze mehr nutzen soll oder auch die ganzen Beiträge von Mitreden, da will ich jetzt gar nicht anfangen. Du und deine Bubble waren doch bei der Hawkgots Legacy Thematik das perfekte Beispiel dafür. Eigentlich wollt ihr euch ja für was Gutes einsetzen und zwar gegen Transfeindlichkeit, habt es aber komplett übertrieben, habt komplett emotional agiert und habt euch im Endeffekt mehr Feinde gemacht, als dass ihr irgendwas Positives bewirkt habt. Und alle immer als Nazi und Rechts- und AfD hinzustellen, bewirkt halt genau das Gegenteil. Mal gucken. Ja, es bewirkt Reaktanz und das ist denen aber meist egal, weil es den meisten nicht um die Sache geht, sondern den meisten eher um die Selbstdarstellung geht. Das ist der Grund, warum Bogen es so gut ankommt, weil man sich damit halt sehr gut selbst als etwas Besseres darstellen kann, wonach sehr viele Menschen suchen. Mal gucken, ob Shiooka das auch irgendwann mal merkt. Kritisiert wurde sie dann unter anderem auch wegen folgender Aussage über Hagrid. So eine Art Hagrid ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Das wäre nicht so gut, weil Hagrid ein echt ekelhafter Mensch ist. Sorry to break it to you. Im ersten Kapitel, im ersten Teil, der mit Zauberkraft einen Zehnjährigen und zaubert ihm einen Schweinchenschwanz, obwohl er ihn eigentlich in eine Sau verwandeln wollte, zur Strafe, weil er als Zehnjähriger Torte von einem anderen Kind klaut und das Ganze muss operativ entfernt werden und daraufhin wird er operiert und ist traumatisiert. Würde ich, ich würde Gronkh nicht als Hagrid bezeichnen, das fände ich Gronkh gegenüber tatsächlich unfassbar unfair. Und die meint das ernst. Das ist ja das Lustige daran. Das macht es ja noch lustiger. Weil ich nicht wüsste, dass Gronkh jemals Zehnjährige gebildet hätte. Auch das kann ich halt bis heute nicht nachvollziehen. Also ja, ihre Einordnung ist natürlich richtig. Diese Aktion, die da im Buch beschrieben wurde, ist jetzt natürlich nicht gerade cool, denn der war halt erst zehn Jahre alt. Aber Bro, so es ist halt immer noch ein Fantasy-Buch, was wahrscheinlich vorrangig für Jugendliche geschrieben worden ist. Ich verstehe halt nicht, warum man sowas dann komplett ausanalysieren muss. Vor allem hat Hagrid ja eine sehr große Rolle in dieser Buchreihe. Der ist ja nicht nur diese eine Aktion gewesen. Er hat auch sehr viel Gutes getan. Gott, Digga, ich klinge wie einer, der eine ganz bestimmte Person verteidigt. Gerade dieses arrogante... Ja, aber... Aber wer sowas tut, der kann nicht... Es ist ein Fantasy-Buch, Shuyoka. Es ist ein Fantasy-Buch. Außerdem war der Vergleich mit Hagrid im Parabel-Ritter-Video. Einfach nur, dass die Rolle ähnlich ist. Das bedeutet nicht, dass Kronk alles gemacht hat, was Hagrid jemals gemacht hat. Wen meint er? Er meinte gerade Adolf. Er klingt also der Adolf-Verteidigen. Was tatsächlich ein bisschen so klang. Von oben herab. Ja, Hagrid ist eine richtig doofe Person. Macht sie halt in der Situation einfach super unsympathisch, weil das sowieso schon ein Take ist, den wahrscheinlich die meisten nicht wirklich nachvollziehen können. Dazu ist es halt auch mal wieder Doppelmoral. Achtung, Achtung. Denn sie hat sich beispielsweise auch vorher als Harley Quinn verkleidet. Eine Person, die in einer super toxischen Beziehung ist, in der Gewalt herrscht, die Leute umbringt und quält. Also Hagrid ist nicht in Ordnung, aber Harley Quinn ist was Positives, als die kann man sich dann verkleiden. Also, mich würde interessieren, wo ist denn dieser moralische Kompass? Also, wo setzt du da die Grenze? Und genau hier sehe ich auch ein Problem, was bei Shuyoka die ganze Zeit auftritt. Wenn sie jemanden oder etwas nicht mag, dann nutzt sie jeden kleinen Punkt gegen diese Person. Sie zeigt aber oftmals in anderen Sachen... Genau, dann macht sie so eine ganze Aufliste und deswegen und deswegen und deswegen und deswegen und deswegen und deswegen ist diese Person schlimm. Und das liegt falsch. Aber selber macht sie halt fünf von den Punkten, aber ist ja egal. Man brauchte ja halt zehn Punkte, um sagen zu können, warum man nicht mit der Person interagieren muss, warum man nicht mit der Person reden darf und so weiter. ...Situationen genau das gleiche verhalten, wie das, was sie bei anderen kritisiert. Und das merkt sie nicht. Ebenfalls ist sie in diesem Video mit folgenden Aussagen aufgefallen. Weil ganz viele Influencer und InfluencerInnen sich dem nicht bewusst sind und sie durch eine Voice-Balance und durch diese falsche, aber das ist meine Meinung, Trump-Rhetorik, ernsthaft glauben, es würde darum gehen, dass wir halt über zwei Meinungen reden und zwei... Das ist meine Meinung. Du Trump-Anhänger. ...fronten, die sich verhärten. Nein, wir reden einmal über Nazis und wir reden einmal über Menschen, die existieren wollen. Nein, das ist falsch. Die eine Gruppe möchte Hogwarts Legacy... Also auch, auch J.K. Rowling ist kein Nazi. Äh, übertreib mal nicht. Also, erstmal gefällt es mir ganz gut, wenn man Neo-Nazi sagt, um da eine schärfere Trennung zu machen, aber ja. ...Vollkottieren. Und die andere möchte einfach Hogwarts Legacy in Ruhe spielen. Ja, die anderen sind ja nicht mal für J.K. Rowling zwangsläufig und Nazi ist jetzt schon auch für J.K. Rowling vielleicht ein bisschen hart. So ganz... So ein Müt drüber. Es hat nicht immer was mit Nazis zu tun. Das sind Gamer gegen Leute, die das Spiel politisch einordnen wollen. Es sind nicht immer alle Nazis oder rechtsextrem. Es kann natürlich sein, dass auf Twitter und Co. solche Gruppierungen sich da in die Diskussion mit eingemischt haben, denn die lehnen Transpersonen ja grundsätzlich auch ab. Aber das ist ja nicht der Kern dieser Diskussion gewesen. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich auseinandergesetzt hat. Und dieses Thema holt sie auch immer wieder hoch. Und jetzt haben wir den Schlüsselpunkt. Einzelne schießen über das Ziel hinaus und beschädigen die ganze Sache an sich. Und so, meine Freunde, funktionieren Nazi-Gruppen. Wenn andere was anderes behaupten... Ja klar, so funktionieren Nazi-Gruppen. Was auch immer. Hey, danke fürs Follower-Zier. 3000 Follower erreicht. Ehrenmann, der hier die 3000... Äh... Nagi. Vielen Dank für den 3000. Follower. Jetzt hast du es gerade noch geschafft, die Zahl voll zu machen. Glückwunsch. Man hätte sich halt auch inhaltlich mit dem auseinandersetzen können, was Alex da gesagt hat. Allerdings lenkt sie vom Thema einfach komplett ab, um irgendwie wieder den Bezug zu Nazis und Rechtsradikalen und so weiter zu finden. Wirklich, ich blickte es einfach nicht. Dieses Ablenken findet man übrigens auch in der gesamten Reaction von ihr. Eigentlich will ich auf dasselbe hinaus, nämlich dass Zwang und Aggression immer das Gegenteil von dem erzeugen, was man initial eigentlich damit erzeugen wollte. Es geht hier um die Aggression, mit der dieser Kampf geführt wurde und was daraus jetzt letztendlich entstanden ist. Und ums Kurz... Lass mich raten, mit der Aggression meint ihr nicht die 260 Gesetze, die in den USA seit 2019 vorgestellt wurden, um die Existenz von Transpersonen zu verbieten. Bruder, das ist doch in dieser Diskussion... Äh, Boykott, ja oder nein? Was ist mit den 260 Gesetzen gegen Transpersonen in den USA? Was ist mit denen? Also, also... Es gibt ja auch diese 250 Gesetze da. Hogwarts Legacy, jetzt überhaupt kein Thema. Geh doch mal darauf ein, was er gesagt hat und lenkt mich wieder mit solchen Punkten ab. Ich, ich, ich sehe den Sinn nicht dahinter. Oh, guckt mich an, wie gebildet ich bin. Ich weiß was von diesen ganzen doofen Gesetzen. Dann auch solche Aussagen hier. ...mehr habt, dass euch jemand versteht. Nicht einmal, dass euch jemand zuhört. Nicht auf die Art und Weise. Es gibt... Ja, und jetzt haben wir Tone Policing. Sagt Personen bitte, dass sie ein bisschen freundlicher sagen sollen, dass sie nicht diskriminiert werden wollen. Wer spricht denn von diskriminiert werden wollen? Wir reden von Boykott, ja oder nein? Oh, es ist halt einfach das ganze Bullshit-Bingo. Zwei Möglichkeiten. Er hat doch recht. Also, selbst wenn man jetzt sowas sagt wie, okay, sie ist halt betroffen, das ist für die Person ein wichtiges Thema, da kann man schon verstehen, dass man emotional wird, ändert das ja nichts daran, dass du so keine Menschen erreichen wirst. Nehmen wir mal an, jemand versucht mich komplett fertig zu machen in einer 18 Monate anhaltenden antifeministischen Hitzkampagne und ich muss mich versuchen zu verteidigen. Was würde wohl besser kommen, wenn ich ruhig und sachlich erkläre, wo die andere Person Lügen verbreitet oder wenn ich so hier reagiere? Ruhig! Nein, jetzt hält doch die Schnauze! Geobert, äh, Ticke! Du wirst halt niemanden erreichen, wenn du emotional und unsachlich wirst. Und selbst... Ja, bring es einfach freundlich, sachlich und konkret rüber, dass man auf einer Ebene diskutieren kann, bei der sich beide Meinungen im demokratischen... freiheitlich-demokratischen Spektrum befinden. Beide Meinungen innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dann können die miteinander diskutieren, Julioca. Es gibt nicht nur deine Meinung und Nazis. Wirklich nicht. Sagt, ja gut, bei Betroffenen ist es was anderes. Du agierst doch in diesem Fall als Ally, also als Person, die Unterstützung anbietet. Dann übernehme du doch die Rolle... Stimmt, das war eben ein Clip, wie Frau Lanzahn geschrien hat. ...einer sachlichen Diskussionspartnerin, mit der man sich vernünftig auseinandersetzen kann, um diese Transpersonen, die betroffen und nicht sachlich sind, hier vernünftig zu unterstützen. Aber auch... Ich finde es übrigens an sich schon transfeindig, dass Julioca ihr Transmenschen unterstellt, dass sie nicht sachlich sein können. Es gibt ja Transmenschen, die, sagen wir mal, zumindest häufig nicht rein emotional sind. Also zum Beispiel Amaya hat ja schon häufiger mal, auch wenn sie dabei meist Fakten ignoriert, versucht sachlich zu argumentieren für ihren Standpunkt. Zum Beispiel mit Nachtschmied oder privat mal mit mir. Es gibt Transmenschen, die auch über das Transthema auch aus einer sehr woken Sicht sachlich argumentieren wollen oder das sachlich erklären. Und die werden damit wahrscheinlich wesentlich mehr Erfolg haben. Auch du und Dekadent... ...oder eine Lexi. Das ist jetzt keine sehr woke Sicht. Oder auch eine Purschake. ...haben genau das Gegenteil gemacht. Ebenfalls wird in dieser Reaction Gronkhs sehr krass angegangen, unter anderem mit solchen Aussagen. In der Rolle eines Gronkhs weiß cis, hetero, millionär, millionen Fans, seit jeher das Urgestein der ganzen Gaming Bubble. Dass der es irgendwie geschafft hat, Zentrum eines grässlichen Storms zu werden. Gronkh, ja. Und auch das Gronkh, die... ...wat für... ...der grässliche Sch... ...den Gronkh hatte. Ich fasse es zusammen. 36.000 Dollar und eine Peak von über 35.000 Zuschauern. Warum sagst du das eigentlich in Dollar, nicht in Euro? Ist doch eigentlich Dollar. Gronkh liegt doch auch in Deutschland, soweit ich weiß. ...das Maximum High seiner Karriere auf Twitch war. Shitstorm bedeutet ja nicht, dass man plötzlich keine Zuschauer mehr hat oder keine Werbepartner. Nein, es geht einfach darum, dass viele Menschen einfach versuchen, gänzlich zu diskreditieren. ...dass man keine Spenden mehr bekommt. Gronkh wurde extrem angefeindet. Der hat auch auf Twitter gepostet gehabt, dass er super viele beleidigende Nachrichten bekommen hat. Auch die Bild hat darüber berichtet und das ist jetzt wahrscheinlich nicht so positiv, wenn dieser Titel auf einer Bildzeitschrift über dich zu sehen ist. Dass Gronkh eine so gute Community hat, dass sie ihm da wirklich den Rücken stärken, ihn unterstützen und nicht zulassen, dass Gronkh fälschlicherweise irgendwie als Transfeind dargestellt wird, hat ja nichts damit zu tun, dass er trotzdem einen Shitstorm gehabt hat. Und wenn man das Argument einfach mal umdreht, dann hast du im Grunde ja auch keinen Shitstorm. Wenn man deine Twitch-Statistiken so anguckt, dann hast du gerade deine stärksten Monate seit drei Jahren. Dazu hast du bei der GoFundMe-Seite über 32.000 Euro eingesammelt. Also du kriegst ja auch super viel Geld. Dieses Bild ist aber auch schon alleine wild, wie sie so fast weinend in die Kamera schaut. ...die Geld. Das ist doch gar... ...goFundMe-Seite über 32... Guck mal, wie die meisten auf anonym spenden. Würde ich aber auch machen, wenn ich da spenden würde. ...die 30.000 Euro eingesammelt. Also du kriegst ja auch super viel Geld. Das ist doch gar keine antifeministische Shitstorm-Kampagne. Läuft doch super bei dir, oder sehe ich das falsch? Das war, by the way, bis hierhin nur der erste Teil. Jetzt kommt der zweite und... Bis jetzt fühlt es sich aber ein bisschen mehr wie ein Rewatch an als eine Aufarbeitung. Muss ich tatsächlich auch sagen. Hat hier gerade schon mal jemand im Chat geschrieben. ...hat sie tatsächlich... ...aber es trotzdem mutterhaltsam. Kein Unterschied. ...schon zwischenzeitlich über mich geredet gehabt. Und das mit solchen Aussagen hier. Aber ich muss ja auch nicht bereit sein, mit jemandem zu reden, der mein Lachen nachäfft. Ich kann ja auch einfach sagen, ich möchte nicht mit ihm reden. Weil die Art und Weise, wie er auf meine Inhalte reagiert, für mich nicht konstruktiv, sondern beleidigend und verletzend sind. Also, man muss sich das überlegen. Diese Reaction von ihr auf den dunklen Parabelritter, worauf ich dann reagiert habe, ging sechs Stunden. Und einmal in diesen... ...drei Teile daraus gemacht. ...sechs Stunden habe ich ihr Lachen nachgemacht. Und sie sagt jetzt, nee, der ist so unsachlich, mit dem muss ich mich hier gar nicht auseinandersetzen. Generell dreht sich das halbe Video... Vor allem, Schuyoka hat relativ häufig irgendwie KuchenTV oder J-R-J in letzter Zeit nachgemacht. ...so darum, was sie da über mich gesagt hat. Da waren jetzt aber keine so krassen Punkte drin, aber sollte das ein Journalist nehmen, das zweite Video, die Hälfte darum geht, dass sie schon mich gefrontet hat die ganze Zeit. Nur, dass wir das mal eingeordnet haben. Das Lustige daran ist, dass sie zu dem Zeitpunkt sich schon ein Video von Solmecke angeguckt hat, über mich im Stream geredet hat und dann auch noch mit mir rumgetweetet hat. Und im Stream sagt sie dann das. Und weil gefragt wird, Content Creator, mit denen ich nicht interagieren möchte, KuchenTV. Vor allem Content Creator, Mehrzahl. Ja, also das nenne ich mal, keine Interaktion mit einem Influencer haben. Unter anderem bringt sie hier aber auch solche Tape. Ja, das war aber nicht positiv interagiert. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der AfD. Ergo, die AfD, die immer wieder sagt, naja, sie sind jetzt erst recht gegen das Gendern, weil es konstant ein Thema wird. Und wie kann es sein, dass das Gendern konstant ein Thema wird? Naja, das ist ja eigentlich auch so. Also, es ist kein seltenes Phänomen eigentlich. Und wenn du dir dann anschaust, wer über das Gendern spricht, dann ist es zu 90 Prozent die AfD, die das Thema selber aufbringt. Und dann aber... Ja, hat Kronk das Thema aufgebracht, indem er gesagt hat, darf es mir egal sein? Hat er da das Thema aufgebracht? Echt? Das selber Aufbringen des Themas dazu zur Legitimation nutzt, um sich über das Thema zu beschweren. Das Ganze wird ja nicht nur random von der AfD hochgeholt, sondern beispielsweise auch die Öffentlich-Rechtlichen drücken einem das ja förmlich ins Gesicht. Die gendern nämlich einfach, obwohl die meisten Deutschen das Ganze ablehnen. Und das Abo-Modell von den Öffentlich-Rechtlichen kann man halt leider nicht einfach kündigen. Geht halt nicht, wie Netflix. Bei einigen Unis kriegst du Punktabzüge, wenn du nicht gendernst, obwohl das in der deutschen Rechtschreibung, es gibt dafür gar keine Regel. Dazu gab es auch mal eine Diskussion bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo über das Gendern diskutiert wurde. Und nachdem die Umfrage negativ ausgefallen ist, kam das hier als Antwort. Gendern finde ich, jetzt Klasse, hat leider gar niemand ange... Also es hat niemand überzeugt, die Runde jetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf, sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen, ob sich was verändert hat in einem Jahr. Das heißt aber auch, dass wir tatsächlich irgendwann vielleicht nochmal die Diskussion führen müssen, sozusagen wie wir die Veränderung weiterkriegen, also wie wir sie schneller vorankriegen. Es geht also gar nicht darum, zu sagen, gut, wir wollen hier... Total diese natürliche Entwicklung und der total offene Diskurs. Wir müssen das die Noten nur noch härter reindrücken. Haben sie einfach Unrecht. Einfach mal darüber diskutieren und am Ende gucken wir, was rauskommt. Sondern die Intention dahinter ist ja, so, ihr seid immer noch nicht auf unserer Seite, wir werden so lange diskutieren, bis ihr für Ja anruft. Das kommt halt nicht nur von der AfD. Oder auch solche Aussagen. Einfach noch nicht informiert. Aber er lässt sich aus der Position des Nicht-Informiert-Seins abschrecken durch eben gewisse aggressive Vorgehensweisen vor Verurteilung. Welche aggressiven Vorgehensweisen? Hm, zum Beispiel... Zum Beispiel, dass du sagst, äh, dass... Zum Beispiel der nicht existierende Shitstorm. Zum Beispiel, dass Dekal denn das Spiel spoilert. Zum Beispiel, dass du sagst, so funktionieren Nazi-Gruppen. Spiele, indem man einfach anderen das Spiel spoilert, die das einfach in Ruhe spielen wollten und denen dieser ganze Aufruf egal ist. Oder wenn man Leute durch die Blume als dumm darstellt, weil man ja seine Meinung nicht ändern möchte vielleicht. Oder auch der größte Punkt, das ist noch im ersten Video, das habe ich gerade falsch im Skript geschrieben gehabt. Da hat sie meiner Meinung nach eine trans-Person die Meinung abgesprochen. Ich bin trans und spiele und liebe das Spiel. Liebe das Franchise über alles. Es hat mir das Leben gerettet, weil es für mich die Zuflucht vor dem ständigen Mobbing war. Danke für deine Worte. Ich habe schon ein paar Antworten dazu im Chat. Mit welcher Ano... Mit welcher... Mit welcher Ano... Mit welcher Ano... Mit welcher Analogie vergleiche ich das immer? Chat? Ja, richtig. Woman for Trump. Mit welcher Analogie vergleiche ich das immer? Wir haben es schon ein paar Mal... Wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Chat? Woman for Trump. Yes. Genau das. Mit Trumps Frau... White Feminism. ...Wählerinnen. White Feminism. Sie verteidigt das übrigens damit, dass Betroffene meistens halt nicht mitbekommen, wenn sie betroffen sind beziehungsweise mehr Vorteile davon haben, auch wenn sie diskriminiert werden. Also... Ja, Token ist eigentlich das Wort, das man heute dafür nimmt. Das hatte man da aber noch nicht erfunden in dem Vogue-Wörter-Book. Quasi, J.K. Rowling ist zwar transfeindlich und sie zu unterstützen ist schlecht für diese Person, aber sie kriegt halt Vorteile dadurch. Und zwar halt dieses Franchise, was ihr Kraft gibt. Das hat sie ja da mit Trumps Frauenwählerinnen verglichen. Der Vergleich hinkt aber. Da geht es quasi darum, dass Frauen zwar... Ja, es ist ja ein Unterschied, ob du was aktiv wählst und ihr dann von der Politik mehr Erfolg erhoffst, weil du ja dafür bist, dass du quasi Opportunist bist, wie wenn du in der DDR halt Mitglied der Partei warst. Ähm... Ist ja was anderes, als dieses Spiel zu spielen, weil du wirst ja niemals Vorteile dadurch haben, das zu spielen. Hier werden ja nicht mehr Rechte zugesprochen, dadurch, weil dieses Spiel ja keinen politischen Einfluss auf die Welt hat. Nachteile durch seine Politik haben, weil er so frauenfeindlich sein soll. Also ich weiß jetzt nicht, wo seine Politik, also wirklich Gesetze frauenfeindlich sind. Ich bin da jetzt aber auch nicht so drin zugegeben. Oh, er hat Trump gewidenighted. Krass. Nermaßen. Aber es andere Gruppierungen gibt, die noch stärker betroffen sind, noch mehr Nachteile haben, wodurch sie als Frauen dann wieder Vorteile bekommen. Ich glaube, ich habe das viel zu kompliziert gemacht. Das Ganze kannst du hiermit aber nicht vergleichen, denn hier hast du diese Transperson aufgrund ihrer Meinung runtergemacht und irgendwelche Vergleiche gebracht, um nicht inhaltlich darauf eingehen zu müssen. Anstatt einfach so was zu sagen wie, ey, du als Betroffene, ich kann dich da verstehen, sprichst du einer Betroffenen da die Meinung ab. Ich verstehe das. Ja, weil sie ja nochmal noch einen Schritt besser ist als die Betroffene. Muss verstehen. Betroffene ist ja alles nett und so, aber Schuyoka ist der noch bessere Mensch. Das halt nicht, denn sonst sagst du ja immer, man soll mit Betroffenen sprechen, dann schreibt eine Betroffene den Kommentar und du sagst, nee, also das ist Woman for Trump. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Ich habe in diesem Video die Hogwarts-Legacy-Thematik nochmal zusammengefasst, weil in den Medien wird es immer so dargestellt, als wenn die Videos nur gekommen wären, weil sie zum Boykott aufgerufen hat. In diesen Videos konnte ich jetzt aber nochmal nachweislich zeigen, dass nicht das der Grund gewesen ist, sondern diese... Ja, es war jetzt ein bisschen, es war ein bisschen sehr Rewatch-mäßig, ja, muss man sagen. Aber wir könnten eigentlich auf die alten Schuyoka-Videos nochmal reagieren, würde eher auch laufen. ...dutzenden weirden Takes, die sie um dieses Thema drumherum gebracht hat, vor allem in der Reaction zum dunklen Parabelritter. Hätte sie damals einfach nur gesagt, dass man das Spiel nicht spielen soll, dann hätte es halt nie diese Videos gegeben. Niemand verbietet ihr einen Boykott-Aufruf zu machen oder irgendein... Aber wenn sie halt dumme Aussagen bringt, muss sie ja mit Gegenwind rechnen. ...was doof zu finden, aber so wie sie sich da geäußert hat, vom Thema abgelenkt hat, alle als Nazis rechts und so weiter hingestellt haben und Leuten die Meinung abgesprochen hat, da finde ich es schon legitim, dass ich dazu Kritik-Videos gemacht habe. Im nächsten Teil geht es dann um den deutschen Computerspielepreis und alles, was drumherum passiert ist. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Könnt ihr es nachvollziehen oder nicht? Bis dann. Okay, thanks, bye. Jo, Frau... So, das war jetzt aber ein sehr schöner Kontrast dazu, dass wir uns ja eben angeschaut haben, was Schuyoka dazu gesagt hat, zu all dem hier. Mit dem Boykott-Aufruf und so weiter am Anfang und Kronk auch. Die Reactions findet ihr auch auf meinem Kanal. Das ist das Video, wo ich darüber spreche, dass Schuyoka Kronk und Skurros angreift. Da habe ich auf Schuyoka-Stream-Ausschnitt reagiert beziehungsweise auf Schuyokas YouTube-Video. Schreibt mir eure Meinung hierzu sehr gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da, um dem Algorithmus zu helfen, weil mein YouTube-Kanal soll mal ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Das wäre echt cool. Und dann könnt ihr gerne noch bei Twitch vorbeischauen. Ist hier oben verlinkt. Bis bald.